Oh, hallo. Ja, Sie haben eine Gesichtsanalyse bei uns gebucht, ist das richtig? Okay. Können Sie mir nochmal Ihren vollständigen Namen nennen? Ja. Okay. Okay. Und als Sie den Termin bei uns gebucht haben, haben Sie eine Auftragsnummer erhalten. Ja, genau. Per E-Mail. Haben Sie die noch? Ja, okay. Ja, das ist eine siebenstellige. Ja, okay. Und dann bräuchten wir noch einmal eine aktuelle Telefonnummer. Ja, für Rückfragen. Genau. Ja. Ja. Okay, super. Gut. Mein Name ist Sabrina und ich führe heute die Gesichtsanalyse bei Ihnen durch, ja? Okay. Nein, Sie müssen uns nicht den Grund nennen, warum Sie die Gesichtsanalyse gern wünschen. Das Ergebnis gehört später Ihnen. Sie bezahlen das Ganze ja auch und da können Sie dann mitmachen, was Sie möchten. Okay. Gut. Gut. Also, es wird jetzt wie folgt laufen. Ich, ähm, ja, würde sozusagen ein paar Daten erheben von Ihrem Gesicht. Okay. Ja. Dann würde ich das Ganze verschriftlichen und, ja, Sie erhalten dann am Abend ungefähr die Ergebnisse. Okay. Ja. Sehr gut. So. Als allererstes müssten Sie mich einmal anschauen. Genau. Und ich würde Ihr Gesicht einmal komplett durchleuchten. Ja. Okay. Genau. Schauen Sie, schauen Sie ein bisschen einfach auf meine Nasenspitze. Ja, Sie machen das super. Sehr gut, ja. Ja, ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht, denn wir machen das hier sehr sorgfältig. Ja. Okay. Okay. Können Sie einmal den Kopf drehen? Ja, prima, 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 prima. Und bitte zur anderen Seite. Ja. Ja. Sehr schön. Jetzt gucken Sie nochmal kurz gerade aus. Ja. Okay. Perfekt. Dann würde ich Ihr Gesicht jetzt einmal komplett abtasten, ja? Okay. Okay. Achtung, ich fasse Sie jetzt an. Okay. 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 Prima. Ich habe gesehen, Sie haben ganz schön viele Sommersprossen. Ja. Die würde ich ganz kurz hiermit zählen, wenn das okay ist. Ja. Ja, dann. Wir wollen ja, dass die Daten komplett sind. Okay. Gut. Dann schließen Sie am besten einmal die Augen. Nicht, dass Sie sich erschrecken, wenn ich jetzt so vor Ihrem Gesicht romantiere. Ja. Genau. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen näher kommen. Ja. Okay. 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 Bitte, bitte, bitte. Wow, wow, das sind genau 100 Sommersprossen. Das ist doch verrückt, oder? Genau 100 Sommersprossen haben sie. Ja, ja, das ist wirklich selten. So, ich würde mir kurz ein paar Notizen machen, ja? 100 Sommersprossen, genau. Okay, dann es wäre super, wenn sie mich einmal kurz, ja, nochmal gerade zu mir gucken würden. Ich würde mal schnell eine kleine Skizze von ihrem Gesicht anfertigen. Das macht mir die Sache nachher einfacher, ja, dass ich die einzelnen Eckpunkte und Daten da eintragen kann, dass ich auch genau weiß, wo ich was hingehört, okay? Ja, bitte still halt nicht bewegen, okay? Gute Prima. Okay, sehr gut. Okay, das war's schon, ne? Das ist nur so eine grobe Skizzierung. Glauben Sie mir, das wollen Sie gar nicht sehen. Sie kriegen nachher nur das schöne Ergebnis zugeschickt, ja? Okay, sehr gut. Ich müsste jetzt ein paar Messpunkte, weil ich jetzt gleich Ihr Gesicht abmessen werde, müsste ich ein paar Messpunkte setzen, ja? Dazu muss ich nochmal kurz leuchten, wo ich da genau... Okay, prima. Dann schließen Sie bitte einmal die Augen, ja? Ja, dann weiß ich besser, wo ich dann messen muss. Ja, okay. So, mit diesem Messband vermisse ich jetzt einmal ihr komplettes Gesicht, ja? Okay, ja, prima, so, das gehört genau andersrum. So, jetzt nicht erschrecken, Achtung. Okay, sehr gut. Und hier unten, bitte. Sehr schön, ja. So, immer, immer hier oben. Ja, ist richtig, ist richtig. Okay, dann einmal so. Ja, ich muss die Gesichtshilfen, müssen wir separat voneinander, weil nicht beide Gesichtshilfen identisch sind. Ja, sind immer, das ist ganz normal. Jeder Mensch hat Asymmetrien. Okay. Und dann einmal die Augen. Und das andere Auge. Okay, in die Nase. Ja, sehr schön. Und da müssen wir nochmal einmal diagonal. Na, bitte. Sehr gut. Und dann vermissen wir nochmal so. Ja, sehr schön. Gut, dann müsste ich noch einmal. So. Und. Okay. Gut. Gut. Ich überlege gerade, könnten Sie vielleicht nochmal kurz zur Seite gucken. Ja. Perfekt. Okay. Und bitte einmal zur anderen Seite. Sehr, sehr gut. Ja, Sie machen das prima. Vielen Dank. Auch das würde ich mir ganz kurz nutzieren, ja? Das ist da. Da. Von Punkt zu Punkt. Ja. Okay, okay. Ja. Ja, das dauert jetzt leider einen kleinen Moment. Aber uns soll ja auch nichts abhanden kommen. Ja. Zu meinem Gucken, da hatte ich den Punkt gesetzt. Den, der war so. Von da nach da. Ja, doch. Das ist richtig. Das war so. Genau. Ja. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Das war das. Das war das. Ja. Das. Das war dein. Das war dein. Das. Das war da. Da. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin immer sehr mit mir beschäftigt, wenn ich hier in der Vermessung bin. Ich kann mir das immer sehr gut alles merken. Deshalb mache ich mir auch die Punkte. Aber bei der Auswertung dauert es dann immer ein bisschen. Das war richtig. Das war der Wert. Das war dann der Wert. Das war dann der Wert. Okay. Das ist stimmig. Das ist auch stimmig. Da kann man Haken hinterher machen. Das ist auch stimmig. Das ist auch stimmig. Und das ist auch stimmig. sehr gut. Vielen Dank für Ihre Geduld. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Und zwar möchten Sie denn auch, dass wir uns ja die Haarstruktur angucken? Ja. Ja, das ist jetzt so eine Zusatzleistung. Das ist jetzt nicht im Preis inkludiert. Das wäre das eher... Ja. Okay. Gut. Dann würden wir noch mal ein bisschen was zur Haarstruktur schreiben. Das wäre was. Okay. Dann würde ich das auch eben machen. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich ja mal schauen. Ja. Ja. Okay. Ja. Sehr gut. Okay. Okay. Und die andere Seite. Ja. Prima. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Okay. Gut. Ich notiere das eben. Ja. Okay. Haarstruktur. Ja. Ja, also zur Haaranalyse kann ich sagen, also ich habe jetzt nur mal kurz grob nach der Haarstruktur geguckt. Da würde ich jetzt was fertig schreiben. Genau. Aber im Grunde genommen bieten wir das auch an. Also Haaranalyse können Sie auch bei uns durchführen. Du. Ich darf dich duzen. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Sie. Du. Okay. Ich duze dich gerne. Ja. Ja, ich werde auch lieber geduzt. Okay. Dann machen wir das so. Ich schreibe jetzt noch ganz kurz was zur Haaranalyse hier. Zumindest zu den Daten, die ich erhoben habe. Ja. Das war das. Das war das. Das war das. Das war hier. Up. 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 Ja, wenn du Interesse an so einer Haar-Analyse hast, melde dich doch gerne über dieselbe Internetseite an, ja? Dort bieten wir das an. Ja, genau, die gleiche Internetseite würde dich auch hier für die Gesichtsanalyse gemeldet hast. Okay, gut. Also wir wären jetzt erstmal durch mit der Gesichtsanalyse. Und ich würde jetzt einen umfassenden Bericht dazu schreiben. Du bekommst auch nochmal eine Skizze deines Gesichtes, sind schön. Und ja, die kompletten Ergebnisse würde ich dir dann, ja, bis heute Abend auf jeden Fall, zuschicken. Ich gucke nochmal, eben deine E-Mail-Adresse hatten wir auch, ne? Ja, das ist die, der, 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 genau, hatten wir. Da haben wir auch schon E-Mails hin und der geschrieben. Genau, okay, gut, ja, schön. Dann würde ich sagen, wir schicken dir alles zu und ich wünsche dir viel Freude mit dem Ergebnis. Ja, okay, alles klar, mach's gut. Bis dann. Ciao.